happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei red dog im bild ich spiele heute mal wieder free fire max und ich weiß noch nicht was ich spiele aber ich wünsche euch schon mal viel spaß ok und die erste runde geht gleich los ich bin immer noch im auch da es geht schon los ich bin immer noch ein überlegen wie ich das macht mit den mit einer verlosung ich bin immer noch ein paar viele 1st Blut will keiner mir helfen? okay dann kann ich jetzt meine Ruhe weiter überlegen ich weiß nicht genau ob ich das machen soll mit der Verlosung das würde ich sagen naja ich habe wenigstens eingekillt mensch war ich lane meine mp5 ist wieder da? nice nice da gehen die treppen hoch ok dann renn du da hoch nehme ich diese weg mitten durch der mitte das klingt jetzt hier oh 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 das klingt jetzt hier ein bisschen lauter Hallo, ich nehme gerade auf, gut, wie er hört, ich werde hier gerade angerufen von meiner Frau. Oh. Die nächste Runde gewonnen, jetzt geht es weiter, die hören dich auch. Und wie geht es dir? Ich habe dich auf volle Lautstärke. Okay, weiter geht's. Warum war ich gerade so langsam? Ich habe das ab. Oh. Ich habe das ab. Warte geht's, warte geht's, warte geht's, das schnell aufwerten, aufwerten, oh komm, wofür braucht ihr das denn, hm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Oh, er hat mich gesehen. Schnell reparieren. Heil. Keine Ahnung. Okay, der ist down. Einer ist noch da. Dahinten ist er. Okay, alle down. Ich habe sie gerade nur abgelenkt, damit die anderen die töten können. Brutal, ja, töten. Ressourcen. Hier gibt's Ressourcen. Need equipment. Thanks. Ach, ja. Ach, ja. So viel jetzt habe ich nicht mehr. Viele bleiben immer hier oben und da fangen wir an. Oh, jetzt ist keiner hier. Oh. Oh. Einer lädt noch. Wo ist der eine? Okay, dahinter ist er. Nice. Wir oben. Gut, dann sage ich mal, bis gleich. Für die beste Spieler. MVP. Okay. Bis gleich. Okay, jetzt habe ich andere Sachen an, weil ich habe ja voll, oder ich habe heute Morgen den ersten Teil des Videos gemacht und jetzt mache ich den zweiten Teil des Videos, weil ich dann mit meiner Frau heute Morgen telefoniert hatte, was ihr ja auch ein bisschen mitgekriegt habt. Deswegen habe ich dann nicht mehr weiter telefoniert. Und jetzt mache ich den zweiten Teil. Also Feierabend nach Hause gekommen. Schnell den zweiten Teil machen. Und. Ich erseite. Okay, wir wiederum zum nächsten Teil. Okay. Was ist dahin. mountingraelisch visão. Höchst. Hey, zu meinem Tatum! Ja, Standard. meine güte hat viel leben gehabt 200 ich brauch das auch könnte hinter mir herlaufen warten bis ich sterbe könnte mein gewehr auf sammeln he 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 so wo rennen wir lang? rechts oder links? oh geht es hinten gar nicht lang? ich war hier hinten noch nie lang gelaufen ah first blood double kill Okay, der hat mich schon das zweite Mal erwischt, der mit dem Ganzkörperanzug. Was macht er jetzt? Da kommen sie hoch. Der ist schon wieder 32. Hat er nicht den Grad schon mal 32 gehabt? Okay, jetzt haben wir die MP5. Mein Lieblingsgewehr. Das wird jetzt bestimmt ein Sieg. Ein Wien. Der Gegner, es sind nur drei Leute und wir sind vier. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Okay. jetzt da ist einer hochgepft 1st blood double kill ah ja 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 schade schade aber besser geworden so ein misst aber auch 1100 schaden gemacht die waren alle besser als ich vom gegner hat na gut okay dann würde ich mal sagen das war's für heute dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr dabei seid bis dahin wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen tschüss so 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 Untertitelung des ZDF, 2020